Der Termschutz Am Ende unsere Sets heute Abend gekommen sind. Und zum Schluss haben wir natürlich noch ein Lied. Das hat alles nochmal etwas anders. Es ist der Turmschütz ein und wir hoffen, dass wir den Campus moral halten können. Auch wenn wir Turmschütz schon lange nicht mehr in den Pädagogen sind. Auf den Affenbildern krasen, ne goldene Kölner Erde Tag und Nacht. Rühmen in den Wolken kratzen, wo die Computer schmeißen. Wo ist noch Platz für mich oder ein Blatt für dich? Hörst du es mit deinem Hand? Hörst du es mit deinem Hand und ich trug den Kopf und klang dich kurz am Brot. Rühst du die Schrift an der Wand? Der Turmschütz ein, der Turmschütz ein, hallelujah der Turmschütz ein. Der Turmschütz ein, der Turmschütz ein, hallelujah der Turmschütz ein. Der Pop-Zo-Den von den USA ist ein cooler Loser seiner Macht. Der오�hu die Gef gat'n. Der Turmschütz ein, die Blatt für dich oder dramatische Arm. Der Turm bläst du mit deinem Hand und Tублиm. Der Turmschütz ein und jeden Tr sequЖseat Arm, De Turmschütz, Lea Rähnen. Der Turmschütz commissions zusammen zuняen in den тут drückende Gefühlen und in einem Wald. Der Turmschütz theology ist eine sehr 개�etus aufيدen Der Turmstil frei, der Turmstil frei, hast du dir einen Turmstil frei. Der Turmstil frei, der Turmstil frei, hast du dir einen Turmstil frei. Russen, Beton, Beton, Schleif, gehören das Material, hörst du es bis drüber nach. Die Vögel hatten, bevor's gekränkt hat, denn dein Name ist wie so die Schrift an der Wand. Der Turmstil frei, der Turmstil frei, hat du dir einen Turmstil frei. Der Turmstil frei, der Turmstil frei, hat du dir einen Turmstil frei. Der Turmstil frei, der Turmstil frei, hat du dir einen Turmstil frei. Der Turmstil frei, der Turmstil frei, hat du dir einen Turmstil frei. Rios Reißer, 2010. Vielen, vielen Dank. Ich möchte mich für Alex und mein Freund herzlich bedanken und möchte euch verabschieden mit einem Lied, was er gesungen hat, nämlich Das ist unser Haus. Und nicht nur das hier, sondern viele andere auch. Wir sollten unser Recht auf dieses Haus in den nächsten Monaten noch sehr viel lauter und deutlicher formulieren und gemeinsam dafür sorgen, dass dieses Studierendenhaus, das bundesweit eine große Bedeutung hat, nicht privatisiert wird und auch nicht an die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ausschließlich fällt. Überlegt euch, wer das Haus nutzen könnt. Überlegt euch, wer wirklich das Haus mit Inhalt füllen könnt, damit man uns nicht rausfreien kann. Guten Abend. Tschüss und danke. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.